Die Stormshield Safeguard Abpackmatten sind die neuesten Versionen einer unserer meistverkauftesten und beliebtesten Produktlinien bis heute. In den 5 Jahren seit der Markteinführung der originalen Safeguards wurden sie von vielen Anglern als die sicherste Matte mit der besten Qualität angesehen, die am einfachsten zu verwenden ist. Wir waren der Überzeugung, dass es an der Zeit war, die beliebte Safeguards-Serie weiterzuentwickeln und zu verbessern, da diverse Materialverbesserungen dies nun ermöglichten. Die Stormshield Safeguards verfügen über unser einzigartiges und absolut robustes Stormshield-Gewebe, das sich im Gegensatz zu vielen anderen Produkten zur Fischschonung nicht im Laufe der Zeit auflöst, wodurch garantiert wird, dass ihre Stormshield Safeguard länger hält als viele andere Konkurrenzprodukte. Die Oberseite des Rahmens ist großzügig gepolstert, sodass ihr Fang nicht verletzt wird und beim Abhaken, Wiegen und der anschließenden Fotosession sicher untergebracht ist. Der leichte Aluminiumrahmen ist in unserer Karki-farbenen Oberfläche gehalten und die verstellbaren Beine verfügen jetzt über unser neues und verbessertes Rocksteady-System, um deinen Safeguard selbst auf den unebensten Böden schnell und einfach auszurichten. Die Entwässerungsgitter an jedem Ende der Matte sorgen dafür, dass überschüssiges Wasser schnell abfließen kann. Die Stormshield Safeguard sind in zwei Größen erhältlich, Standard und XL. Beide werden mit einer Tragetasche geliefert. Die Stormshield Safeguard von Avid Carp. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.